1. Man kann sich fragen, ob sich der Premierminister... Man kann sich auch nochmal fragen, ob sich der Premierminister... Und man fragt sich ein drittes Mal. Man kann sich fragen, ob sich der Premierminister wirklich darüber im Klaren ist, dass die gewaltigen Unwetter eine vollständige Aufforstung der Inselgruppe notwendig gemacht. Abgesehen von den sieben Menschenleben, die der Vorfall in dem Hotel in Bamako gekostet hat, ist eine Debatte vollkommen unnötig. Und ich verstehe nicht, weshalb wir uns an Donald Trump festbeißen, der sich die Vogelgrippe während der Revolution war für die Wissenschaft. Nein, nein, ich glaube nicht, dass wir hier von Wahlkompromissen sprechen sollten, wenn man diesen außergewöhnlichen internationalen Wettbewerb... Die Benzinpreise sind weiter gestiegen, während immer noch Bomben abgeworfen werden auf Stier. Machen Sie sich darauf gefasst, dass der Tag heute nicht rosig wird. Trotz der 500 Stimmen, die notwendig wären, um seine Kandidatur, bei den nächsten Jahrzehnten wird es in Afrika nur noch 97.500 Giraffen geben. So die Einschätzung des für den Einsatz zuständigen Polizeichefs. Die Fronten zwischen den Rebellen und der syrischen Armee verhärten sich. Trotz der Entschlossenheit der spanischen Demonstranten gegen die Korruption der Kinder, die vor unseren Augen ertrunken sind, ohne dass unsere Regierungen sich dazu herabgelassen hätten, ihnen für die Arbeiter des Peugeot-Werks. Und auf dem letzten Platz der Gesamtwertung befindet sich das unvorhersehbare Sturmtief Koloss, das gegenwärtig Schäden von schätzungsweise Terrorwarnung der Alarmstufe Rot, live vom Eiffelturm. Das Feuer tötete mindestens... 6. Sonntag, 23. Februar. Bei einem Attentat in Syrien hat es zwei Tote gegeben. Zwei Tote. Das ist, als wären Barbie und Schandipper tot. Na danke. Ich bin also tot. Vielen Dank. Es bringt Unglück zu sagen, dass die Leute sterben werden. Danach sterben sie wirklich. Mittwoch, 5. April. In China ist so viel Luftverschmutzung, dass die Leute OP-Masken tragen. Irgendwann werden wir auch welche tragen. Die Luft wird eine Art schwarzer Film um uns sein. Wie küsst man seine Frau, wenn man eine Maske vor dem Mund hat? Samstag, 4. Mai. In einem Supermarkt ist ein Eisbär gestorben. Er lebte seit 20 Jahren in der Heimwerkerabteilung. Das mehr hat er nie gesehen. Er hat wahrscheinlich sein Leben lang geglaubt, er wäre das Kind eines Schraubenzieher. Das war das. Man sollte die Menschen im ewigen Eis aussetzen. Einfach nur, um es genau so zu machen. Dann würden sie schon sehen, ob das lustig ist, mitten in Grönland zur Unterhaltung der Pinguine auf ihrem Weg zum Fischen, das Kind eines Eisbergs zu sein. Donnerstag, 12. August. Die künstliche Intelligenz wird uns über Facebook angreifen. Und das gibt eine Wirtschaftskrise. Von mir sagt er nichts. Nichts? 7. September. Es scheint so, dass bald der dritte Weltkrieg ausbrechen wird. Anscheinend nach den Sommerferien. Wenn alle aus dem Urlaub zurück sind. Ich... Ein... Tsunami ist im An... 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 Esan hat echt eine Sauklaue. Ich verstehe gar nichts. Warum erzählt er das? Er schreibt nicht mal was über mich. Ich guck mal bei Weihnachten. Dieses Jahr habe ich ein Spider-Man-Kostüm geschenkt bekommen. Wir haben beim Aperitif so viele Pistazien gefuttert, dass Barbie die Eistorte zum Nachttisch in Tupperdosen einpacken musste. Ach, da. Montag, 25. Dezember. Wir schlagen uns hier an Weihnachten die Mägen voll. Und die Kinder in Somalia haben Knochen dünn wie Zahnstocher. Machen sie einen Schritt, zerspringt ihr Körper in tausend Stücke und niemand. 5. August In der Nähe von Le Havre in der Normandie ist ein 14 Tonnen schwerer Batenmal gestrandet. Er hat zwei Schiffe gerammt, die ihm tödliche Verletzungen zugefügt haben. Die Stadtverwaltung und die Region streiten über die Kosten zur Beseitigung und Verbrennung des Tierkadavers. Die Elfenbeinzähne des Wals wurden von Wilderern geklaut. Die Anwohner sagen, er stinkt. Seit fünf Tagen liegt der Wal am Strand. Fest steht, das ist nicht mehr mein Zuhause hier. Die Zukunft ist woanders. Was heißt das? Was will er damit sagen? 17. Der Friedensvertrag zwischen den USA und ein gefährliches Sammelbecken. Der Stamm der Gatou wehrt sich gegen die Jagd auf. Den Wal. Seit bald sieben Tagen kommt eine beachtliche Menge an Leuten am Strand von Le Havre zusammen, an dem wir finden jedes Jahr Dutzende Tierleichen, die an die Strände Neuseelands gespült werden. Heißt das, dass der Buckelwal von Poststerben bedroht ist? Aber dieses Gefühl teilte es ja nicht. Er ist 13 Jahre alt, wohnt im Klischee und ist den ganzen Weg bis in die Normandie mit dem Zug gekommen, um uns zu sagen... Das ist mein Bruder. Er ist ein Held. In der Tat. Er wollte ein symbolisches Grab für dieses prächtige 14 Tonnen schwere Tier ausheben, um die Weltöffentlichkeit zu alarmieren. Das ist mein Bruder, okay? Wir können diesem starken Zeichen nur mit Zustimmung begegnen uns. Um das Ökosystem der Antarktis zu erforschen, wurden in Japan 333 Wale getötet. Es ist an der Zeit, dass wir... Ja, ja, Jean-Pierre. Das Foto geht um die ganze Welt. Überall kleben es die Aktivisten, die jetzt für die Rechte der Schwertwale demonstrieren, vor den SeaWorlds an die Wände. Vor dem Rathaus wird eine Pressemitteilung von... Paul Watson. ...informiert uns, dass die Normandie die notwendigen Vorkehrungen betroffen hat. Um Wally, den widerspenstigen Wal aus Kalifornien, mit Hilfe eines Krats. Wenn ihr keine Schaufel habt, könnt ihr mit den Händen graben. Wieder später als nie werden sie mir sagen. Ich hab einfach gedacht, ich muss das tun. Also bin ich in den Zug gestiegen. Und da bin ich nun. Ich konnte nicht länger zu Hause sitzen und nichts machen. Ich konnte das nicht mehr. In der Tat, ja. Gefangenschaft ist ein Gefängnis. Am 11. Februar sind in Neuseeland wieder 200 Grindwale gestandet. Natürlich hat Brigitte Ballot prompt auf die 82 Millionen Likes reagiert, daher die Frage... Sehen Sie wie groß dieser Wal ist? Und sehen Sie wie groß der junge Mann hier ist? Das beweist doch einfach, dass kein Kampf zu klein ist und dass... Diese Erklärung der Grünen reagiert auf den Kampf des WWF gegen... Das Plastik. Das ist mein Fratello, okay? Alle schauen auf meinen Fratello, okay? Er ist ein Held. Unsere Experten sind sich einig, wenn wir weiter den Meeresboden zerstören, gibt es bald keine Möglichkeit mehr... Das Schlüftern der jungen Wahle live zu hören... In Zusammenarbeit mit dem Institut für Meeresforschung... Sehen Sie den Pazifik in seiner ganzen Schönheit und endlosen Weite. Gönnen Sie sich eine Pause. Danke für Ihren Beitrag in unserer Sendung. Danke. 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 Danke.